Erkennen Sie das Wappen, das hier zu sehen ist? Es ist das Landeswappen der Steiermark mit dem steirischen Panther. Aber schauen Sie mal genauer. Das Tier schaut gar nicht aus wie ein richtiger Panther. Es hat einen Drachenkopf, einen Löwenkörper und die Füße eines Adlers. Außerdem spuckt es aus dem ganzen Körper Feuer. Das Feuer kommt aus dem Maul, aus den Ohren und sogar aus dem Hinterteil. Dieses seltsame Tier stammt ursprünglich aus dem Physiologus. Der Physiologus ist ein Buch, das vor vielen hundert Jahren entstanden ist. Es beschreibt Tiere, Pflanzen und Steine und erklärt, wie sie mit verschiedenen Vorstellungen im christlichen Glauben zusammenhängen. Dieses Tier wird im Physiologus als Panthia bezeichnet. Der Panthia steht für das starke und unbesiegbare Christentum. Das Feuer steht für den Heiligen Geist. Der Panthia war schon immer ein sehr beliebtes Wappentier. Auf dem steirischen Wappen ist er seit dem 12. Jahrhundert. Im Jahr 1926 ist es ein wenig geändert worden. Man hat das Feuer aus dem Hinterteil plötzlich zu unanständig gefunden. Deshalb kommt es heute nur noch aus dem Mund. Auf dem Wappen der Stadt Graz sieht man aber noch den ursprünglichen Panthia. Schauen Sie sich dieses einmal genauer an. Gehen Sie den Gang weiter hinunter und bleiben Sie vor dem großen Stein am Ende stehen.